Prinzessin Eugenie sieht strahlend aus in einem 545 Pfund teuren Kleid, als sie die Hochzeit des Herzogs von Westminster besucht. Prinzessin Eugenie überraschte ihre Fans, als sie heute zur Hochzeit des Herzogs von Westminster mit Olivia Hansen kam. Prinzessin Eugenie überraschte ihre Fans, als sie heute zur Hochzeit des Herzogs von Westminster mit Olivia Hansen kam. Bei der Veranstaltung, die als die Hochzeit der britischen Gesellschaft des Jahres bezeichnet wird, waren einige der bekanntesten Gesichter Großbritanniens anwesend, darunter Prinzessin Eugenie und Prinz William. Prinzessin Eugenie sah strahlend aus, als sie in einem dunkel-olivgrünen Kleid und hautfarbenen High Heels erschien. Bei Eugenies Kleid handelt es sich vermutlich um Joseph's Knit Weave Blyse du Bois Dress, das im Einzelhandel für unglaubliche 545 Pfund erhältlich ist. Das Kleid ist derzeit zum halben Preis erhältlich, was bedeutet, dass Fans des Königshauses es für 272 Pfund ergattern können. Sie kombinierte das Kleid mit einem Emily London Sabina Pillbox hat, der im Einzelhandel 885 Pfund kosten soll. Sie trug auch Aquats Zura Mathilde Criss-Cross 105 mm Perms aus Notwildleder, die im Einzelhandel 620 Pfund kosten. Prinzessin Eugenie trug die Absätze zuvor bei der königlichen Hochzeit von Prinz Christian von Hannover und seiner Frau Alessandra de Osmar, wo sie sie mit einem geblümten grünen Kleid kombinierte. Heute vervollständigt der Eugenie ihren Look mit einer Anja Hindmarch Mod Plated Tassel Clutch aus Boncora Leder. Die Tasche ist ein zeitloser Klassiker, der auf der Anja Hindmarch Website für 750 Pfund gekauft werden kann. Die Tasche hat einen Metallrahmen, einen Metallquastenverschluss, ein Metallgeflecht und eine Anja Hindmarch Logoprägung. Der Gesamtlook war schick und mühelos, als sie der Hochzeit in der Chester Cathedral beiwohnte. Der Herzog von Westminster, Eurowina, 33, heiratet Olivia Hansen, 31. Der Herzog wurde mit einem Nettovermögen von 10,127 Milliarden Pfund zum reichsten Mann Großbritanniens unter 40 gekrönt.